Hallo bei der Grill Gruppe. Wir sind ein familiengeführtes Traditionsunternehmen und uns gibt es seit über 130 Jahren. Meine Schwester und ich führen mit unserem Vater zusammen in der vierten und fünften Generation das Unternehmen fort. Wir haben 160 Mitarbeiter und vier Standorte Hohenlinden, Ebersberg, Grafing und Erding. Wie unsere Unternehmensgeschichte zeigt, werden wir auch weiterhin Tradition und Moderne verbinden. Unter anderem Oldtimer, Elektromobilität und auch die bewährte Mobilität. Unsere Vision ist es, ein voll digitales und papierloses Autohaus zu werden. Wir digitalizieren gerade unsere Arbeitsprozesse. Das schafft nämlich Effizienz und auch kürzere Arbeitswege für unsere Mitarbeiter. Nachhaltigkeit ist für uns ein sehr wichtiges Thema. Wir übernehmen Verantwortung für die Mitarbeiter, die Umwelt sowie kommende Generationen. Hierfür haben wir ein eigenes Blockheizkraftwerk und Photovoltaikanlagen installiert, um den Großteil unserer Energie selbst zu produzieren. Ein weiteres großes Thema bei uns, die Unfallinstandsetzung. Wir haben ein eigenes Lackier- und Karosseriezentrum für Pkw und sogar große Nutzfahrzeuge. Ursprünglich waren wir ein reiner Servicebetrieb und diesen Fokus haben wir uns auch beibehalten. Wir werden jährlich von unseren Kunden ausgezeichnet mit dem Service mit Stern bei Mercedes oder Smart & Smile bei Smart. Unser Unternehmensmotto seit Jahren mehr Service pro Kunde. Ich bin unruhbar. Bei uns gibt es mehrere Service pro Kunde.